Eure Welt, so wie sie ist, wird nicht weiter bestehen. Mein Kind, mein liebes Kind, bitte sage unseren Kindern heute das folgende. Eure Welt, so wie sie ist, wird nicht weiter bestehen. Ihr müsst euch bekehren, denn das ist der einzige Weg, um nicht an den Teufel verloren zu gehen. Wenn die drei dunklen Tage nun bald über euch hereinbrechen, dann müsst ihr zu Jesus gefunden haben und im Gebet ganz bei ihm sein. Wer umherirrt, wer nicht betet, wer nicht auf meinen Sohn, seinen Jesus, vertraut, der wird schwere Zeiten erfahren, und seine Seele wird vom Teufel gestohlen werden. Meine Kinder, all die, die ihr bei Jesus seid, werdet gerettet werden. Ihr werdet erlöst sein von allem Bösen, und eure Sünden werden reingewaschen. Doch müsst ihr ganz bei meinem Sohn sein, auf ihn vertrauen, um nicht an seinen Widersacher verloren zu gehen. Die Fallen, die dieser euch nun stellen wird, sind listig und groß, und wer hineintritt, wird verloren gehen. So vertraut ganz auf ihn, auf euren euch so sehr liebenden Erlöser, und wendet euch immer an ihn in allen Angelegenheiten eures Lebens, denn er wird euch führen. Er wird für euch sorgen. Doch nur wer ganz bei ihm ist, sich ihm hingibt und sich ihm weit und ganz auf ihn vertraut, für den wird er seine Wunder vollbringen können. So kehrt um und bekennt euch zu ihm, damit eure Seele das Heil findet, nachdem sie sich sind und nicht verloren geht an den Bösen, der an jeder Ecke, auf sie lauert, sie verführen und einfangen will. Amen. Ich liebe euch, eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Jesus holt wieder voller Liebe seine Mutter, dann gehen sie.